Dieser neue Renault Grand Zynik ist hier zum Verkauf angeboten. Sieben Personen haben in diesem großen grauen 5-türigen Van Platz. Der Van verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie Navigationssystem, Alufelden, Bordcomputer, Dachrailing, Einpackhilfe und noch vieles mehr. Der Benziner überträgt eine Leistung von 132 PS auf ein 6-Gang Schaltgetriebe. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher.